Hallo und herzlich willkommen zurück zu Captive Minecraft, Folge 3 glaube ich. Es ist ein bisschen her, dass wieder ein neues Video kam, weil ich ein bisschen wenig Zeit hatte, aber jetzt geht's langsam mal wieder weiter und ich muss erstmal gucken, wo wir stehen geblieben sind und was wir als nächstes machen können. Sniper-Duell, da werden wir noch ein bisschen Zeit für brauchen. Kautipper, Harvest some Leaver, Lever oder wie auch immer man das ausspricht. Und Kuchen backen. Können wir das schon machen? Wir brauchen Eier, Zucker. Ne, wir haben keine, keinen Sugarcane. Das ist auch noch ein bisschen in Entfernung. Eisen haben wir schon. Angeln konnten wir noch nicht. Vielleicht können wir ja schon angeln. Können wir gleich mal ausprobieren. Dann sind Diamanten am Start. Wie viele Kühe haben wir denn? Au. Wir haben zwei Kühe. Können wir die denn schon mal wieder füttern? Ne, haben wir gerade erst, ne? Ja. Ah, ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit können wir ja mal probieren, ob wir hier schon angeln können. Ne, geht leider nicht durch die Grenze hindurch. Äh, so, okay. Schade. Dann packen wir mal den Dreck dort rein. Und gehen wieder zurück in die Mine. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Vier Logs und... Na, das ist nicht so viel, ne? Wollen wir noch einen Baum hier pflanzen? Weil das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir ein bisschen mehr hätten. Denn da... Könnten wir uns mal leitern oder so machen. Ah, klasse. Hat super funktioniert. Können wir uns leitern machen. Damit wir hier nicht immer die Treppe laufen müssen. Das verbraucht nämlich auch ganz schön, wenn man hoch geht, ganz schön viel Essen. Und das ist nicht so optimal. So, auf welcher Höhe sind wir denn? Okay, 30. Wir müssen Diamanten finden. Und wir waren letztes Mal hier, genau. Ich kann mich erinnern. Da sind wir auch gestorben, soweit ich weiß. Äh, haben wir... Oh, was? Oh. Leck. Ah, was ist da los? Ein Moment. So, da sind wir wieder. Ich weiß nicht. Auf diesem Snapshot läuft das Spiel irgendwie nicht so gut, wie auf der 1.8. Version. Aber die können wir leider noch nicht spielen, da ich noch nicht genau weiß, ob die, äh, Clocks da funktionieren. Alter. Was ist denn los? Das ist ja, als würde ich auf dem Server spielen mit hohem... Alter, ist hier ein Stronghold? Ne, komm. Ein Moment. Das geht ja so nicht. So. Jetzt läuft es auch schon mal viel stabiler mit 60 FPS. Wollen wir mal hoffen, dass die Clocks funktionieren. Ich bin jetzt auf 1.8 gegangen, weil mich das genervt hat. Sonst müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das machen. So, jumpen wir mal hier runter. Nur Fledermäuse am Start. Hi. Ist gut, dass wir so viel Sachen mit... Oh. 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 Ohohoho. Okay. Äh. 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 Hier sollten wir nicht sein. Hier sollten wir lieber nicht sein. Aber ich möchte gerne Diamanten haben. Höhe 9 sind wir. Na toll. Oh, hier haben wir schon mal Kohle, aber wir haben kein Holz, ne? Ja, das ist so ein bisschen ein Problem. Das ist so ein Problem. So. Naja, trotzdem mal ein bisschen Kohle mit hier. Sehr schön. Okay. Da geht es noch nicht so weit weiter. Da auch nicht. Äh. Diamanten sieht irgendwie schlecht aus, ne? Ja. Ups. So, ich habe geplant, und zwar gibt es ein neues Modpack, beziehungsweise manche Leute kennen vielleicht Agrarian Skies. Ich weiß nicht, ob das irgendein deutscher YouTuber schon mal gespielt hat. Ich weiß nur, dass Generic B das mal gespielt hat. Und es gibt da jetzt etwas Neues. Ah, das war klar. Nämlich heißt das Ganze Crash Landing, glaube ich. Und da muss man immer so Quests machen. Das ist so eine Art Modpack mit ganz vielen Mods. Und dann hat man so ein Questbook und muss da Quests machen und so weiter. Und ich habe mir überlegt, dass das vielleicht mal ganz cool wäre. Und deswegen würde ich das schon gerne machen. Und ich denke mal, dass das so am Wochenende oder so dann mal ich damit anfangen werde. Ich nehme dann wohl wahrscheinlich zwei Folgen im Voraus auf, damit ich, äh, ja schon mal ein bisschen was habe, falls ich wieder nicht aufnehmen kann. Und, äh, muss mal schauen, ob ich es überhaupt mache. Ich weiß es noch nicht so genau, aber eigentlich schon, weil ich da richtig Bock zu habe. So, Lava ist natürlich immer super optimal. Hi. Na, das war ja nichts mit Diamanten, ne? Wollen wir mal ein bisschen höher gehen. Welche Höhe sind wir? Elf. Hier ist überall nur Endeside und so ein Scheiß. So ein Rotz. Wie soll man... Aha. Guck mal. Ach, ne, doch nicht. So kann ich keine Diamanten finden. Müssen wir erst ein paar andere Quests machen. Schade. Dann gehen wir mal wieder hoch. Müsste auch langsam wieder Tag sein. So. Das dauert wieder einen halben Tag, bis ich da... Au. Und natürlich verliere ich mein ganzes Essen. Wahrscheinlich kommen mir gleich die ganzen Mobs entgegen. Die oben gespawnt sind. Ey. Ab nach oben. Es ist schon wieder Nacht? Oh, was ist denn da oben? Wo ist denn der Mond? Ne, so lange waren wir nicht da unten. Dann wird es wohl... Wahrscheinlich gleich... Wo... Man sieht den Mond auch nicht. Das ist klasse gemacht hier. Naja. Müsste ja bald Tag werden, Theo. Theoretisch. Können wir euch füttern? Ja. Macht Liebe. Komm. Macht noch ein letztes Mal Liebe. Und jetzt gibt mir Leder. Jawohl. Wird das jetzt größer? Nein. Es hat nicht funktioniert. Juhu. Äh. So ein Scheiß. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß auch nicht, wie ich den World Border increasee. Ich weiß gar nicht mal, wie man das, äh, den World Border ansteuert. Müssen wir mal eben herausfinden. Das wird jetzt sehr spannend. Aha. Mhm. Da ist es schon mal nicht. Ja. Ja, ja. Ist wahrscheinlich auf einer der letzten Seiten. World Border. Slash World Border. Habe ich das nicht vorhin eingegeben? Und... Achso, steht da ja auch. Mensch. Und dann... Set. Ne. Plus 0,5. Set. 5. Au. Okay, es muss größer sein. Scheiße. Zehn. Ne. Ich glaube 12. Oder? Ne, 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 ne. Ich glaube 14. Ich glaube, wir waren schon bis zu diesem Block hier, oder? Ich gucke mir mal eben das Video an. Ja, genau da war es. Das heißt, wir haben jetzt einen Block weiter gemacht. Sehr schön. Super. Klasse. Ja. So ist das natürlich super gedacht. Äh, okay. Dann. Ist das irgendwie scheiße, oder? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Wir gehen mal hier hoch, würde ich sagen. Ich weiß jetzt schon, dass wir es niemals schaffen, das wieder abzubauen. Wie viel können wir hier... Hier, damit können wir noch 14 Stück kaputt machen. Das wird ja wohl nichts. Ne, 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 ne. Jetzt noch 4. Wollen wir da oben hoch? Ich glaube schon. Ich glaube, wir wollen da hoch. Äh... Eisen. So. Machen wir uns mal ein paar Sticks. Und dann eine neue Spitzhacke. Wie viel können wir damit kaputt machen? Steht da nicht. Okay, sehr schön. Müssen wir auch nicht wissen. Wäre nicht wichtig, oder so. Ist das denn sinnvoll, sich hier hochzubauen? Natürlich nicht. Ich glaube, hier ist es ein bisschen sinnvoller, ne? So, hier so. Ab nach oben. Mal sehen, was uns da so erwartet. Alter, da ist eine Kiste im Wasser. Cool. Ah, ist das spannend. So, wir gucken noch eben, was da oben ist. Und dann müssen wir die Folge auch wieder beenden. Schreibt am besten mal in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass das Ganze nicht richtig funktioniert. Ob wir wieder in, äh, 27b spielen wollen. Aber, äh, das Problem ist einfach, dass da meine Framerate nicht so ganz mitmacht. Weil es da noch nicht so stabil war. So, hier sind wir schon mal. Oh, Diamanten. Kiste. Oh, Essen. Und Gold. Reicht genau nicht für ein Goldinget. Kommen wir da noch hoch? Ich glaube schon. Aber hier kommen wir dann an Diamanten ran. Das ist doch sehr schön. Ich finde es auch gut, dass ich mir so wenig Blöcke mitgebracht habe. Ach, du Schande. Boah. Was? Wie hoch ist denn das? Ich komme da nicht hoch. Niemals. Shit, hätte ich mal noch das Dirtzeug mitgenommen. Ja, wir haben nichts mehr. Wir müssen wieder runter. Aber, ich glaube, das mache ich offscreen. Äh, ich bedanke mich fürs Zusehen. Vergesst bitte nicht zu bewerten und zu kommentieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.